Das neue Supervisor-Lite ist eine PC-Software zur Auswertung von Lärm- und Vibrationsmessungen am Arbeitsplatz. Die Software erkennt Lärmdosimeter, Schallpegelmesser und Vibrationsmessgeräte automatisch, um Messdaten einfach down zu loaden und die Messgeräte zu konfigurieren. Die intuitive Software führt Nutzer durch die Messgerätekonfiguration mit vordefinierten Einstellungen gemäß OSHA, MSHA, ACG-IH und ISO-Normen. Die modularen Berichtsbausteine helfen bei der Auswertung der Lärm- und Vibrationsexposition nach den gültigen internationalen Normen und den technischen Regeln zur Lärm- und Vibrationen-Arbeitsschutzverordnung. Supervisor-Lite führt das neue Validierungstool ein. Das Tool ermöglicht eine schnelle Validierung der Messergebnisse, indem es fehlerhafte Daten entfernt. Diese können zum Beispiel ungültige Lärmquellen sein oder Erschütterungen des Geräts, die als akustische Impulse interpretiert werden, sowie Daten, die erfasst wurden, obwohl das Dosimeter nicht richtig getragen wurde. Besuchen Sie svantec.de, um mehr über die Supervisor-Lite-Software zu erfahren.